Wien ist eine der bestverwaltetsten Städte der Welt. Das kann Wien nur sein aufgrund seiner Mitarbeiter. Und ich achte darauf, dass die Mitarbeiter der Stadt gesund bleiben. Ich glaube, ich habe eine sehr sinnstiftende Arbeit. Ich bin Leiterin der Stabstelle Strategisches Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Personaldirektion der Stadt Wien. Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Ich habe strategische Dinge zu entwickeln und zu planen. Das kann zum Beispiel sein, dass der Schwerpunkt die Bekämpfung von Adipositas ist oder ein Schwerpunkt auf die Lehrlingsgesundheit gelegt wird oder auch ein Schwerpunkt zur Erhaltung der Rückengesundheit gesetzt wird. Andererseits entwickeln wir auch praktische Gesundheitstools für die Dienststellen. Mit einer Ausbildung als Jurist oder Juristin kann man in der Stadt Wien in verschiedensten Rechtsbereichen tätig werden. Das finde ich auch verspannend daran. Man kann sich an seinen Interessen orientieren. Nach fast 25 Jahren bei der Stadt Wien kann ich eine beachtliche Karriere durch die Abteilungen vorweisen. Ich habe begonnen im Bezirksamt im 10. Bezirk. Dort konnte ich Gewerbeordnung, Schanigärten oder auch Bäder und Saunen genehmigen. Dann ging es weiter in die Schlichtungsstelle der MA50. Dort durfte ich mietrechtliche Angelegenheiten schlichten. Ich durfte Verhandlungen führen. Die dritte Station war das MBA16. Dort durfte ich die Besonderheiten des Bezirksamts in Ottakring kennenlernen. Als vierte Station wurde ich ein Jahr in die Volksanwaltschaft entsendet. Nach der Volksanwaltschaft kam ich zurück und kam in den Gesundheitsbereich. Nach der MA40 kam ich dann in die MA64. Die MA64 war die technische Abteilung, in der ich Eisenbahnrecht kennenlernen durfte oder auch Energierecht bzw. Luftfahrtrecht, aber auch Strahlenschutz für Museen und für Forschungseinrichtungen. Nach der MA64 kam ich in das Präsidialbüro des Herrn Bürgermeisters. Danach durfte ich in die Personaldirektion wechseln und leite nun die Stabstelle. Ein wichtiger Grund, warum ich zur Stadt Wien gegangen bin, ist, dass die Stadt Wien ein sicherer Arbeitgeber ist. Gleichzeitig bietet sie großartige Aufstiegsmöglichkeiten und besonders wichtig, die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Die Stabstelle Untertitelung des ZDF, 2020